Ich nehme euch mit ins Gym. Heute steht eine Backsession an. Dann düsen wir noch weiter ins Office. Da will ich noch ein paar Produktfotos machen von einem Zippo, der bald online geht. Und dann mal sehen, was sonst noch so geht. Wichtig. Erstmal die Scheiben runterlassen. Ansonsten geht man hier bei 30 Grad kaputt. Normalerweise springt er bei der Hitze nicht perfekt an. Mal sehen. There we go. Eben gerade beim Fahren gesehen. Das ist eine scheiß Katze. Also meine Nachbarskatzen, die rennen immer übers Auto. Ich habe immer irgendwelche Tatzenflecken auf dem Auto. Zum Glück ist die Karre jetzt nicht gewaschen, aber wenn die frisch gewaschen ist, nervt das schon hart. Mal sehen, ob ich noch ein paar Gym-Videos mit reinpacke. Je nachdem, wie voll es im Gym ist. Ich habe keinen Bock, den Leuten auf den Sack zu gehen, wenn ich die da irgendwie mitfilme oder so. Deswegen schauen wir mal, was wird. Ich bin ein Matsch. Fertig mit dem Gym. Jetzt nach Hause. Chicken, Bohnen und Brokkoli. Der Klassiker zünden. Nun danach düsen wir ins Office. Machen die Produktfotos für den Zip-Puddy. Und das war es eigentlich schon. Entspannter Tag. Auf jeden Fall gebe ich euch jetzt mal einen kleinen Soundcheck. Weil wir hier schön unter dem Dach sind. Dann brummt das schön, ne? Bei mir wird. Also, das ist ein Schöpfchen. Und das ist ein Schöpfchen. Das ist ein Schöpfchen. Das ist ein Schöpfchen. Wir haben eine Schöpfchen. Dann brummt das zu einem Schöpfchen. Das ist ein Schöpfchen. So, ich mache jetzt die Fotos. Ich verabschiede mich, kommentiert gerne mal drunter, wie ihr das findet, was ihr gerne sehen möchtet, habt die Verbesserungsvorschläge. Es ist auf jeden Fall mega ungewohnt, die ganze Zeit hier in die Kamera zu labern, aber es ist eine gute Challenge für mich. Ich habe Bock drauf, mal sehen wie lange, aber die nächsten paar Videos sind auf jeden Fall safe, weil ich kann jetzt schon sagen, von jetzt aus, einer Woche, ich weiß nicht wann das Video online geht, fahren wir, also ein paar Kollegen und ich, nach Dänemark, Kopenhagen. Da ist Luft gekühlt. Das ist ein riesen Porsche Event, mega gehypt. Normalerweise ist es in Los Angeles. Ich habe es leider noch nie geschafft, während der Zeit da zu sein. Deswegen testen wir mal Dänemark aus und wir haben dafür eine kleine Kooperation eingetweetet und dann bekommen wir ein feines Fahrzeug dafür. Und man hat uns gesagt, dass eine ähnliche Farbe am Start sein wird am Auto. Deswegen kann es eigentlich nur geil werden. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video.